Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um den ASO FlexScan EV2480BK Monitor. Wenn du noch unentschlossen bist, ob dieser Bildschirm für dich eine gute Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Video gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die dir hoffentlich bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Das Amazon-Angebot zum Monitor werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Der passende Bildschirm ist sehr wichtig, egal ob man am Computer arbeitet, zockt, Filme schaut, was auch immer. Der richtige Bildschirm ist einfach sehr, sehr wichtig, um den Überblick zu behalten. Außerdem sollte er über eine scharfe Bildauflösung verfügen, weil das dann wiederum angenehmer für die Augen ist. Preislich finde ich interessant, was hier aus dem Hause ASO geboten wird. Würde ich für einen Monitor mit dieser Ausstattung insgesamt betrachtet als ein faires Angebot bezeichnen, ob es für dich der passende Bildschirm ist, kannst du allein am besten beurteilen. Wir können uns gerne ein paar Eigenschaften zum Monitor auch noch genauer anschauen. 23,8 Zoll Full HD LCD mit 16 zu 9 Format und IPS-Technik für hervorragende Bildqualität. Dreiseitig nur 1 mm Gehäuserahmen. Super kompaktes und ultra schickes Design. Auto-EcoView und EcoView Optimizer für maximales Energiespannen und ideale Ergonomie. Optimaler Anschluss dank USB-C-Schnittstelle mit Displayport-Signalkanal und Stromversorgung bis 70 Watt. USB-Hub mit 4 Downstream-Ports. Diese und weitere Produktinformationen und Eigenschaften kannst du dir selbst auch nochmal in Ruhe und Frieden auf der Angebotseite von Amazon durchlesen. Ein Monitor, der sich preislich nicht zu verstecken braucht, würde ich insgesamt betrachten als ein faires Angebot für einen Bildschirm bezeichnen. Ob es für dich das passende Angebot ist, kannst du allein am besten beurteilen. Ich hoffe sehr, dass ich dir mit meinem Video weiterhelfen konnte. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Alles Gute. Ciao.